an dem buch habe ich am letzten buch der lange atem der bäume habe ich insgesamt vielleicht ein jahr geschrieben aber natürlich nicht am stück ich muss viel recherchieren also von der arbeit her kann man sagen es 90 prozent 95 prozent recherche studien meistens auf englisch ich bin ja kein wissenschaftler die ganzen fachausdrücke muss ich alles erstmal nachgucken und übersetzen und stellt dann fest kann ich doch nicht brauchen und ja aber viele sachen sind dann eben doch super interessant und muss man dann in alltagssprache übersetzen ja so lange rede kurzer sinn ich schreibe dann im letzten halben jahr vor abgabetermin der war in diesem fall im februar und das buch selber ist im juli erschienen schreibe ich so eine stunde zwei am tag so und dann kann ich nicht mehr da muss ich irgendwas anders machen natürlich raus in den wald neue inspirationen holen ja aber mit allem drum und dran ist das ein prozess der dauert ungefähr ein jahr die frage ist sehr gut weil holz ist eigentlich viel zu billig holz selbst bestes holz kostet so viel wie der vergleichs vergleichs brennwert in öl oder gas also ob ich das jetzt verbrennen oder möbel draus mache spielt eigentlich gar keine rolle so ungefähr also holz ist viel zu billig nur mal als vergleich anfang der 50er jahre hat ein kubikmeter holz 25 wald arbeitsstunden vielleicht sogar 50 bezahlt und heute nur noch zwei also holz ist im vergleich zu den löwen immer billiger geworden ist billig rohstoff geworden und eigentlich sollte man holz für wertvolle dinge nutzen bücher natürlich nein aber auch für möbel zum hausbau und nicht zum verbrennen und in deutschland wird die hälfte des holzverbrauchs für brennholz genutzt und zunehmend auch für holz in kraftwerken ja und als als brennstoff ist es völlig falsch eingesetzt die co2 bilanz von holz ist auch katastrophal und vor allem holz ist am besten in lebenden bäumen aufgehoben denn bäume sorgen dafür dass es kühl wird die können sich im vergleich zu einer stadt um 15 grad runter kühlen einem heißen sommertag die können für mehr regen sorgen all das was wir in zeiten des klimawandels dringend benötigen aber nicht indem sie gefällt werden und dann in ofen gesteckt also da ist holz falsch aufgehoben und deswegen sollte holz teurer werden am besten durch eine co2 steuer auf holz ein baum im garten ist immer eine gute idee weil der im garten schon dafür sorgt dass es unter dem baum an heißen sommertagen ein bis zwei grad kühler wird das ganze im gegensatz zu einem sonnenschirm der sonnenschirm macht schatten der macht es aber nicht kühler das kann ein schöner baum wenn er denn groß ist durchaus machen und es macht ja auch spaß da rennen die eichhörnchen rauf und runter da können vögel drin brüten also der garten sollte natürlich größer sein als zehn quadratmeter gar keine frage sonst werden die nachbarn sich beschweren da gibt es ja auch grenzabstände die einzuhalten sind ich glaube das sind so fünf meter aber da fragt er besser mal vor ort bei euren örtlichen kommunen nach wie das nachbarrecht da ist aber grundsätzlich bäume im garten sind etwas ganz ganz tolles aktuell sagt man ja aber die nehmen nach die ganze sonne weg ja verlasst euch drauf in zeiten des klimawandels ist man froh über schatten im garten weil man schön draußen sitzen kann kaffee trinken kann lesen kann was auch immer also bäume im garten immer eine gute idee die senkung des holzverbrauchs ist ganz einfach in deutschland verbrauchen wir aktuell so ungefähr 120 millionen kubikmeter holz pro jahr und davon werden 60 millionen kubikmeter verbrannt und das sollte man reduzieren nichts gegen ein schönes feuer im ofen abends mal weil es so gemütlich ist aber zur energie erzeugung im großen maßstab holz ist eine der entscheidenden säulen bei der bundesregierung für die energiewende dafür eignet sich holz eben nicht weil es in der verbrennung teilweise schädlicher ist als die kohleverbrennung das gast pro einheit pro energieeinheit 1,4 mal so viel co2 aus weil es eine geringere energiedichte hat die ganzen vielfältigen eigenschaften draußen der bäume dass sie eben die kühlen dass sie für mehr regen sorgen und dass die heimat für unzählige arten sind das geht ja alles mit verloren also wir sollten das verbrennen von holz reduzieren auf die paar gemütlichen aspekte die wir brauchen und ansonsten wärmepumpen installieren das sollte man fördern nicht pelletheizungen die aktuell noch schwer gefördert werden und dann könnten wir den holzverbrauch na ich würde mal sagen um 40 prozent schon mal reduzieren und stattdessen ein paar schutzgebiete einrichten das wäre doch mal was ja ich habe eine lieblingsbaumart und das ist bei uns die buche ich sage deswegen bei uns weil es kommt darauf an wo ich bin wenn ich im norden schwedens unterwegs bin finde ich fichten total cool viele leute denken ja ich hasse nadelbäume nein ich hasse keine bäume und ich mag alle bäume bäume sind toll und die sind da am schönsten wo sie sich wohlfühlen gilt übrigens auch für menschen und bei uns ist das die rotbuche und buchenwälder sind übrigens nicht monoton da ist die buche besonders häufig das heißt das es sind dutzende andere baumarten dabei und dann finde ich buchen schöne alte ausgewachsene buchen total klasse erst einmal der wald stirbt nicht sondern es sterben aktuell plantagen und stark bewirtschaftete wirtschaftswälder echte alte wälder in deutschland sind noch nicht betroffen von den klimaschäden und alles andere sind forstwirtschaftsschäden also baumarten hier nicht hergehören plantagen anbau von bäumen das sind keine waldökosysteme das sind ist so viel wald wie eine teakplantage in den tropen regenwald ist und das ist natürlich auch nicht also stark ramponierte vorgeschwächte baumansammlungen baumplantagen die sterben jetzt durch die zusätzlich erhöhte temperatur wegen des klimawandels ab das ist erst mal nur ein ökonomischer schaden jetzt könnte man den wandel zu natürlichen waldökosystemen voranbringen dazu sollten wir weniger holz verbrauchen und b natürlich den co2 ausstoß drosseln also alles was ihr im alltag tut vor allem weniger fleisch essen fleisch ist der haupt klimakiller also ich will euch jetzt nicht alles zu vegetariern oder veganern machen aber fleisch ist der haupt klimakiller das mag man nicht gerne hören der klimawandel entscheidet sich zuallererst auf dem teller also wir könnten in deutschland zum beispiel die waldfläche fast verdoppeln wenn wir auf tierische produkte verzichten und wir sagen okay das muss jetzt nicht jeder machen gehen wir doch mal auf den sonntagsbraten zurück dann können wir die waldfläche immerhin noch um 50 prozent erhöhen und dann kühlt sich hier lokal in deutschland und das klima hier regnet es mehr egal ob die chinesen inder russen und amerikaner mitziehen da wird jemand darauf verwiesen wenn die nicht mitmachen lohnt sich das alles nicht doch es lohnt sich hier und was könnt ihr machen ihr könnt mal so ein aufkleber auf dem briefkasten machen bitte keine werbung und diese wochenzeitschriften einwerfen wenn ihr die nicht lesen mögt also ich mag zum beispiel nicht den aufkleber könnte bei uns kostenlos bestellen draufpappen dann hört das auf das rettet schon über eine millionen bäume in deutschland also gibt es viele viele dinge mit dem man sehr sanft und persönlich einsteigen kann den wald mit pferden zu bewirtschaften ist gar nicht umständlich sondern wunderschön das klingt so ein bisschen nach so heiter teil und so das ist so ist ja gar keine richtige forstwirtschaft doch das macht man ja seit 6000 jahren so und mit diesen großen maschinen das gibt so schwerpunktmäßig erst seit 30 jahren und schon hat man sich daran gewöhnt diese großen maschinen machen allerdings so schwere bodenschäden die verdichten den boden so stark dass der eben kaum noch wasser speichert und deswegen vertrocknen so viele bäume im sommer nicht nur wegen dem klimawandel sondern auch und sogar hauptsächlich wegen dieser art der forstwirtschaft und das kann man gegenrechnen weil bäume die können nicht mehr genug wasser kriegen die wachsen nicht mehr richtig und das bedeutet einnahmeverluste und wenn man die gegenrechnet gegen den etwas teureren einsatz von pferden dann sind pferde ist der pferde einsatz auf einmal billiger also wir sagen man kann sich diesen harvester diesen maschineneinsatz eigentlich gar nicht leisten ökonomisch und von den ökologischen schäden ganz abgesehen und die zweite frage ist oft ja so viel pferde gibt es ja gar nicht stimmt weil keiner nachfragt oder ganz ganz wenige leute also die meisten pferderückerinnen und rücker so heißt dieser job haben gar nicht genug arbeit und wenn es mehr nachfrage gäbe würden glaube ich auch mehr menschen sagen ist so eine wundervolle volle arbeit da steige ich auch ein also es geht na klar sehr gerne ich höre das auch schon von verschiedenen grundschulen dass die die kinderbücher sind ja schwerpunktmäßig sogar für dieses alter geschrieben nutzen ich kann nur sagen nur zu geht raus probiert das aus da geht es ja darum es ist letztendlich ein biologieunterricht der so ist dass man gar nicht merkt dass es biologieunterricht ist das ist doch eigentlich immer der schönste unterricht das frage ich mich auch aber das kann man ja ändern und genau deswegen habe ich zusammen mit dem magazin geo und mit pier ebisch von der hochschule eberswalde einen neuen studiengang initiiert der ist gerade in der mache und die ersten studierenden werden so circa märz 2023 mit dem studium der sozial ökologischen waldbewirtschaftung beginnen können und da wird wald anders gedacht da sagt man zum beispiel nicht wir pflanzen nadelholz oder pflanzen laubholz oder wir haben holzbestände und wir haben holzvorräte immer holz 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 also man denkt immer nur vom produkt her und wir möchten das ökosystem in den fokus stellen und den menschen und das ist doch viel schöner die harmonie und darum geht es in den neuen studiengang und der kommt die arbeitsgemeinschaft naturgemäße waldwirtschaft ist von der grundanlage gut ich war sogar mal kurze zeit landesvorsitzenden rheinland-pfalz weil ich dachte ja cool ökologisch wirtschaften ist prima ich habe das gefühl dass die im laufe der jahre und jahrzehnte unterwandert worden ist von konventionellen försterinnen und förstern die so wirtschaften wie wir das früher abgelehnt haben also die altforderung so vor vor somit in 50er jahren oder sogar vor 100 jahren die haben ganz anders gedacht wirklich in ökosystemen mittlerweile ist es so dass die diese arbeitsgemeinschaft naturgemäße waldwirtschaft einfach stehen geblieben ist und ökologisch viel zu kurz denken meiner meinung nach und deswegen ist das für mich kein verein mehr ich bin auch glaube ich vor zehn jahren oder so ausgetreten komplett und ich sage das ist nicht mehr das was es ursprünglich mal war das weiß kein mensch die frage ist ja wie weit drehen wir die klimaschraube also im moment haben wir ihnen zb in den alpen in den höheren lagen haben wir einen natürlichen fichtenwald gürtel weil da ähnliche verhältnisse sind wie ganz im norden von skandinavien da ist ja eigentlich die heimat der fichte oder in sibirien und bei uns eben gibt es eine kleine klimazone kurz vor der baumgrenze da ist die fichte heimisch und diese baumgrenze wandert ihr weiter wir an der temperaturschraube nach oben drehen wandert auch diese baumgrenze nach oben und wenn der berg zu ende ist dann ist auch für die fichte zu ende deswegen wir müssen sofort aufhören das thermostat aufzudrehen klimagase weiter so auszustoßen dann hat die fichte in diesen hochlagen auch noch eine chance und der zweite teil der frage der drehte sich um die fichtennaturführung also wenn fichte sich aussahmt da wo sie jetzt eingeht naja also wer will die alle ausreißen das würden wir auch nicht machen wollen das regelt die natur selber also wenn die fichte das dort nicht aushält dann werden auch die kleinen fichten dort verschwinden und wenn die weiter mitwächst man soll so doch das ist auch ein schöner baum ich persönlich denke aber dass ich es nicht schaffen wird diese frage ist cool also ich muss sagen so und bei so einem feuer möchte ich nicht daneben stehen und vor allem wo möchte man das machen nur mal nebenbei wenn man papier verbrennt fliegen auch so fetzen durch die gegend also diese frage lustig ich glaube ich bleibe dabei dass ich hier ist die toilette runter spiele und es gibt ja auch andere möglichkeiten über die ich zwar schon nachgedacht habe aber das wäre bei uns umbaumäßig einfach zu groß es gibt ja auch so spülsysteme wo man praktisch den po duscht und braucht dann gar kein papier mehr wie da die ökobilanz das weiß ich ehrlich gesagt nicht weil ich jetzt kein sanitärfachmann bin aber ich finde es trotzdem gut wenn man sich darüber gedanken macht also für mich heißt aktuell der punkt recycling kopapier und ab ins klo damit holz heizen ist ja nicht co2 neutral da gibt es übrigens hunderte wenn ich gar tausende von wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern die sich auch öffentlich schon dazu positioniert haben auch das eu-parlament begniet haben die verbrennung von holz endlich nicht mehr zu fördern weil es teilweise sogar schlechter ist als die kohleverbrennung warum steht es auf den homepages zum beispiel von staatlichen forstverwaltung immer noch als co2 neutral naja weil die holz verkaufen wollen und das märchen hat man ja jetzt jahrzehntelang geglaubt also die meisten leute denken ja holz ist co2 neutral obwohl es nicht stimmt daran sieht man mal wie sehr man das schon verinnerlicht hat aber das ist so ähnlich wie wenn eine massentierhalterin oder massentierhalter sagt unseren schweinen geht's gut 10.000 im stall ist doch gut die mögen das die brauchen nicht so viel platz 0,7 quadratmeter reicht so ähnlich ist das staatliche forstbehörden gehören zu den größten holzverkäufern in deutschland und wenn wir lesen holz ist co2 neutral dann würden wahrscheinlich die meisten von uns denken hey das ist eine amtliche nachricht das muss wahr sein in wirklichkeit ist das pr und es ist schlicht und ergreifend nicht wahr und ich finde das skandalös dass behörden in deutschland unwahrheiten verbreiten dürfen daran muss man arbeiten und das tue ich auch davon werdet ihr demnächst noch etwas hören hackschnitzelheizung ist schlecht das ist aus klein gehacktem holz und holz ist ja nicht co2 neutral hat man ja schon oder wärmepumpe eine wärmepumpe ist super wir haben das bei uns in der waldakademie in beiden gebäuden weil die meisten leute denken ja immer ans heizen aber klimawandel heißt wir werden in zukunft kühlen müssen gebäude kühlen da denkt kaum jemand dran aus wenn es im sommer 40 45 hoffentlich nicht 50 grad heiß wird sowie auf unserem breiten grad zum beispiel in kanada schon geschehen das kleine städtchen litten hat den temperaturrekord geknackt und ist anschließend abgebrannt das wollen wir natürlich alle nicht aber es wird wärmer und drei viertel des jahres zum beispiel kühlen wir unser seminar gebäude mittlerweile und heizen es nicht falls gut isoliert ist aber kühlen kann man weder mit einer hackschnitzelheizung noch mit einer ölheizung noch mit einer gasheizung aber mit einer wärmepumpe das ist im wahrsten sinne des wortes cool und das ganze betrieben mit einer solaranlage top kann ich nur empfehlen verrückt aber ja und zwar machen sowas zitterpappeln so eine zitterpappe die möchte nicht gern alleine stehen aber so ein samen der fliegt teilweise 100 kilometer weit das sind die sind ja so fluffige watte gepackt da kommt er irgendwo runter plupp und dann ist er alleine und dann wächst da so eine kleine einsame zitterpappel aber über die wurzeln die gehen schön in die umgebung raus und plupp da kommen überall noch zusatzstämmchen raus das ist alles derselbe baum aber so entsteht langsam wenn man es denn zulässt ein wäldchen und der größte wald also der ein baum ist in wirklichkeit aus einer wurzel kommt der welt steht in den usa in oregon im fish lake district hat den namen pando bekommen das sind 40.000 bäume also wir würden sagen bäume in wirklichkeit sind nur stämme aus derselben wurzel ja also ein wald kann riesige ein baum kann riesige wälder bilden aus sich selbst heraus ich selber habe das ziel wenn ich mit 90 im schaukelstuhl sitze und auf mein leben zurückblicke dass ich sage ja war gut mehr ziele habe ich nicht aber auf dem weg dahin schaue ich nach ungerechtigkeiten im wald aber vor allem nach lösungsmöglichkeiten wie wir den wald für uns alle schöner machen können emotional schöner ökologisch schöner für unsere mitgeschöpfe schöner so dass wir den nutzen können aber nicht so wie was aktuell machen so dass alle zufrieden sind also die millionen mit geschöpfe und wir und daran arbeite ich natürlich ich nicht alleine ich stehe natürlich meistens vor der kamera kann das team von der wald akademie von der hochschule eberswalde von universität koblenz ganz ganz viele menschen mit denen wir vernetzt sind mittlerweile arbeiten daran dass mehr wälder geschützt werden dass es zum beispiel den neuen studiengang gibt dass auch menschen die in amt und würden sind in deutschland bestraft werden für das was sie tun im moment nach meiner meinung gibt es riesige illegale kahlschläge die wir juristisch verfolgen da haben wir schon sind wir schon gestartet damit also ihr seht schon so ein bisschen zuckerbrot und peitsche damit das endlich mit den wäldern nach vorne geht aber das ganze so entspannt wie möglich mit so viel freude wie möglich und deswegen bin ich immer froh über jede veranstaltung der wald akademie weil das ist für mich entspannung da komme ich mit gleichgesinnten menschen zusammen die fröhlich mit mir oder mit dem team durch den wald gehen und einfach spaß haben am wald und das ist doch die hauptsache es gibt ja schon ein kinofilm zum geheim leben der bäume der ist auch in der mediathek abrufbar zum beispiel oder gibt es auch als dvd also den haben wir schon gedreht einen zweiten kann ich mir momentan nicht vorstellen aber ich konnte mir so vieles nicht vorstellen früher kann ich mir nicht vorstellen bücher zu schreiben ich konnte mir natürlich nicht vorstellen kinofilm zu haben ich hatte ja auch schon eine kleine fernsehsendung da kommt vielleicht auch wieder was ich habe ein podcast ich habe ein eigenes magazin ich habe eine radiosendung ich bin neugierig ich brauche das alles gar nicht aber ich denke immer ich will wissen wie das funktioniert und vielleicht gibt es auch noch mal ein kinofilm keine ahnung ich lasse mich gern vom leben überraschen ja ich wollte ja eigentlich nie ein buch schreiben aktuell sind es 24 schon geworden und ja es wird in zukunft auch weitere bücher geben aktuell schreibe ich ein kinderbuch da geht es um outdoor abenteuer die kinder selber ganz ganz niedrigschwellig erleben können und ja dann schauen wir mal wie es weitergeht ein studiengang begleitbuch wird es geben müssen für den neuen studiengang was auch super spaß macht und ich glaube also unsere aktuelle planung ich sage uns weil es ja immer mit den verlagen zusammen geplant wird ist dann so auf die nächsten vier jahre ausgerichtet so buch muss ja wachsen wie ein baum schön langsam und dann aber richtig ja 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 ja